Ja hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Samsung Galaxy S6 Edge Plus, langer Name, wie man da die Entwickleroption freischaltet bzw. aktiviert. Die sind nämlich versteckt. Dazu geht man aufs Menü, dann geht man auf die Einstellungen, dann geht man ganz nach unten auf die Geräteinformationen und dann geht man auf Softwareinfo und dort gibt es dann den Punkt Bildnummer. Diese Bildnummer muss man siebenmal hintereinander anklicken. Da kommt noch ein Countdown unten. Jetzt steht auch schon, der Entwicklermodus wurde aktiviert. Jetzt geht man wieder zurück in die Einstellung und dann sieht man auch, jetzt gibt es hier unten die Entwickleroption. Die sind jetzt drin und dann kann man halt so was machen wie USB-Debugging oder wach bleiben. Ist dann entsprechend möglich. Für diejenigen, die es brauchen, die wissen schon, wofür sie es benutzen. So kriegt man es aktiviert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und bedanke mich fürs Gucken. Danke. Tschüss. Tschüss.